Geld, Erfolg und Frauen. Das ist mein Leben heute. Doch vor nicht einmal drei Monaten, sah es noch so aus. Doch ein Gebäck würde das alles ändern. Hey du, komm mal her. Weißt du was? Ich hab das beste Zeug. Schokolade, Gummibächer. Hey Mann, ich nehm so ein Zeug, ich okay? Warte mal, ich bleib schon. Du bist nicht so der Gummibächer-Typ. Aber ich glaub ich hab was für dich. Effekt-Cookies, 100% der gerade Zutaten. Nimmst du den Keks, wirst du dich strömen vom Nüksgefühl. Doch nimmst du diesen, wirst du vollgepumpt mit Energie und verspürst deinen Niedergewesen im Motivationsschub. Doch denk dran. Alles was ich dir anbiete sind Kekse. Nicht mehr, wirklich wenige. Ich konnte schneller denken denn je. Versenkurse berechnen, komplexe Mathematik. Ein Cookie pro Tag und ich war ohne Limit. Nimmst du den Keks, wirst du dich strömen vom Nüksgefühl. Alleluia, 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 Alleluia. Was ist denn auf Ende? Ich hab dir doch gesagt, wir müssen hier weg. Die Sache ist viel zu groß geworden. Die wollen nicht, dass sich diese kacken Kekse verbreiten. Wer sind die? Ja, einfach alle. BND, CIA, FBI. Das krüme Monster. 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 Vielen Dank.